Hey, du! Ich bin gar nicht so böse, wie du denkst. Ich bin nur der Feuerwehr-Willi. Und du bist so zwischen sechs und zwölf Jahre alt? Mhhh, das ist cool! Auch ein cooles Handy, was du da hast. Oioioi! Alter Schweden, das in deinem Alter. Das finde ich gut. Und weißt du was? Du bist so cool, du hast so coole Sachen und du siehst so cool aus. Und du findest eigentlich auch Feuerwehrsachen toll? Habe ich schon gemerkt. Weißt du was? Jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kennst so Kinderfeuerwehr. Ab sechs Jahren steht das Tor da für dich offen. Weißt du, was das bedeutet? Hey! Coole Feuerwehrautos, Klamotten und viele Überraschungen. Und das Wichtige ist, da sind noch mehr in deinem Alter. Und was macht ihr zusammen? Partyfreunde. Das ist richtig cool, denn du gewinnst da Freunde und die warten auch auf dich. Brauchst du keine Angst haben. Du fragst jetzt einfach deine Familie, deine Verwandtschaft, deine Eltern. Sagst du, Mama, Papa, ich möchte zur Feuerwehr. Und die werden sagen, ui, 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 ui. Unser Kind ist aber ziemlich reif. Recht haben sie. Denn du gehst jetzt zur Kinderfeuerwehr und das finde ich richtig gut. Du wirst Spaß haben. Denk an meine Worte. Wir sehen uns noch ganz viele Jahre, mein Freund. Bis dann. Feuerwehr Willi für dich. Bis dann. 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 Bis dann.